Alexander Klitzperer ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Alexander Klitzperer begann sechsjährig beim TSV Waldtrodering mit dem Fußballspielen, bevor er elfjährig in die Jugendabteilung des FC Bayern München gelangte. Mit 18 Jahren gehörte er der 2. Mannschaft der Bayern an und bestritt bis 1999 85 Regionalligaspiele, in denen er vier Tore erzielte und U. A. von Hermann Gerland trainiert wurde. Unter ihm wurde er auch 1999 beim Bundesligisten Arminia Bielefeld trainiert. In seiner ersten Profisaison kam er in 31 von 34 Ligaspielen zum Einsatz. Sein Debüt gab er am 27. August 1999 beim 2-0-Sieg im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Mit dem Abstieg folgten zwei Spielzeiten in der 2. Bundesliga, in der er in 44 Ligaspielen fünf Tore erzielte. Sein erstes Profitor gelang ihm am 5. September 2000 mit dem Treffer zum 2-0-Entstand im Heimspiel gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Obwohl er mit dem Verein 2002 in die Bundesliga aufstieg, verblieb er in der 2. Bundesliga, da er zu Alemannia Aachen wechselte und dort bis zum Saisonende 2007 08 davon eine Spielzeit in der Bundesliga aktiv war. Sein einziges Bundesligator erzielte er am 17. Februar 2007 mit dem 1-0-Siegtreffer in der 10. Minute im Heimspiel gegen seinen ehemaligen Verein FC Bayern München und fügte diesen die erste Bundesliga-Niederlage in 8 aufeinandertreffend zu. In dieser Zeit erreichte er 2004 die K-Sekundenfinale um den nationalen Vereinspokal. Das gegen Werder Bremen mit 2 zu 3 verloren wurde und, daraus resultierend, die Teilnahme am UEFA-Pokal-Wettbewerb für die Folgesaison. Nach Überstehen der 1. Runde und der Gruppenphase schied er mit den Eichenern erst im 16. Finale knapp gegen den niederländischen Vertreter AZ Alkmaar aus. 2008 09 wechselte er ablösefrei zum Zweitliga-Aufsteiger FSV Frankfurt, für den er zwei Spielzeiten absolvierte und sich anschließend dem Regionalligisten VfL Wolfsburg 2 anschloss. Aufgrund von Knieproblemen beendete Klitzperer seine aktive Laufbahn nach der Saison 2011-12. Ende September 2012 gab der Bundesligist 1. FC Nürnberg die Zusammenarbeit mit Klitzperer bekannt, der als Scout für den Klub vor allem in Norddeutschland tätig sein wird. Der Kontakt kam durch Trainer Dieter Hecking zustande, der Klitzperer schon bei Alemannia Aachen trainierte. Im Februar 2015 wurde bekannt, dass Klitzperer die Stelle als Sportdirektor bei Alemannia Aachen annimmt. Im Nationaltrikot der U21-Nationalmannschaft bestritt Klitzperer 14 Länderspiele erstmals am 6. Juni 1997 in Taschkent beim 2 zu 0 Sieg über die Auswahl aus Bekistans, letztmals am 8. Oktober 1999 in Augsburg beim 1 zu 1 Unentschieden gegen die Auswahl der Türkei. Ferner absolvierte er vier von fünf Spielen der Olympia-Auswahlmannschaft in Vorbereitung auf das olympische Fußballturnier 2000. Sein einziger Treffer für diese Auswahlmannschaft erzielte er am 4. März 1998 in Casablanca beim 1 zu 0 Sieg über die Auswahl Marokkos. Erfolge Aufstieg in die Bundesliga 2002 mit Alemannia Bielefeld Finalist im DFB-Pokal 2004 mit Alemannia Aachen Aufstieg in die Bundesliga 2006 mit Alemannia Aachen Sonstiges Klitzperer saß mehrere Jahre als Vertreter der Spieler im Spielerrat der Vereinigung der Vertragsfußballspieler. Außerdem engagiert er sich sozial bei den Aachener Engeln e.V. und bei der deutschen Knochenmarkspender-Datei.